Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer? Steiner? Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niedersprächtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrüchen... Sie sind Feiglinge, Verreiter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Kinderlandet ist ein Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärakademie nur verhindert! Es hat mit denen nur ein schichtigen Widerstand in den Weg geleckt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert! Verreiter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verretter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das in Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!